Jetzt wollen wir mal schauen, wo die Ausdruckstänzer unter euch stecken. Wer ist heute hierher gekommen und hat sich gesagt, Mensch, das ist doch eine gute Geschichte. Ich gehe in die Höfer am Prühen, kann nebenbei ein bisschen einkaufen. Na? Und wer hat sich gesagt, ich gehe einkaufen, trotzdem dazwischen ein bisschen Ausdruckstanz bei den Firebirds. Jetzt traut sich wieder keiner. Wenn ihr euch heute nicht traut, ihr habt die Möglichkeit, die Firebirds dieses Jahr nochmal hier zu sehen. Allerdings alle einzeln am 24. Dezember zwischen 11 und 13, wenn wir auf dem letzten Winter Weihnachtsgeschenke kaufen. Das heißt, spielt quasi nur jetzt. Wenn ihr die Gelegenheit nicht nutzt, dann seid ihr selber schuld. Vielleicht mal ein Song für alle, die sich trauen, auf der Rolltreppe zu tanzen. Musik aus Dirty Dancing. Do you love me? You hold my heart. Because I couldn't dance. You and you who want me around. But now I'm to let you know, I can really shake him down. Und dann if you love me around. Ich will love me around. Musik aus Dirty Dancing. Und dann be Europeans auf Dirty Dancing. Und dannista Themen, gut ins Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh, we remaining times. Und dann ist jetzt noch nicht mehr schuld. Oh-oh-Oh-Oh-Oh-Oh, we're giant aus Dirty Dancing. Oh-oh-Oh-Oh, we did we music also. Oh-oh-Oh I-oh-oh, da war. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.